Jetzt sind wir in Vanilla, da gibt es dann nachmittags Kaffeekuchen, das ist hier mitten in der Shopping Mall. Und Matthias, wie gefällt dir das Hotel? Also mir gefällt das Spice Hotel unheimlich gut, es ist wirklich ein Traum aus Tausendeiner Nacht, es ist total orientalisch angehaucht, das Essen ist super lecker und die Anlage ist wirklich total ins Detail geplant, also es ist wirklich alles indisch angehaucht und ja, wenn ihr mehr sehen möchtet von der Anlage, unten auf Gefällt mir drücken für Reisebüro Fella oder einfach bei uns im Reisebüro anrufen, dann informieren wir euch gerne weiter zu diesem Hotel, 09732 2600, bis dahin, ade. Und er ist der Matthias, Manki Japaner. Amen. Und hier gibt es dann die ganzen Schnittchen, die sind dann heute Mittag von Tiramisu über Fruity Cakes und lauter solche leckeren Sachen gibt es da.